Hallo YouTube, hallo Internet und zurück aufm Bau. Ja, wir sind hier im Spiel von Bau Simulator 2015. Ihr schaut gerade Simotube den Kanal und mein Name ist Tom Diesel. Was ein Text. So, wir wollen das Ding hier wegbringen. Auftrag vom Chef. Und das machen wir mal. Also die Häuser und so, das gefällt mir alles wirklich. Sehr gut, du kannst so nicht schnell fahren. Okay. Da muss man die komplett einfallen, sonst meckert er rum. Na, sorry, ich bin schon wieder in den Optionen rein. DDD. Ausgewogen. Er hängt natürlich dann gleich viel mehr am Gas. Das macht sich also schon sofort bemerkbar. So, wir fahren aus dem Ort raus. Ich glaube, die Karte ist noch gar nicht mal so klein. Ja, und da werden ja noch einige Aufträge kommen, ne. Und ich werde auf jeden Fall auch den Multiplayer starten. Mal gucken, wann der dann losgeht. Mein Kumpel muss hier auch noch ein bisschen einspielen. So. Müssen wir gleich abbiegen. Kies weg, okay. So, will ich umfahren. Noch schön mit dem Wald hier und so. Also die Landschaft gefällt mir schon sehr gut. Steuerung noch nicht, aber vielleicht werfe ich auch einfach mal das Lenkrad dran und ich probiere es mal aus mit dem Lenkrad, ob es geht oder nicht. Was soll passieren? Wenn ihr Erfahrung gemacht habt mit dem Lenkrad schon und das bei euch funktioniert, einfach mal reinschreiben. Und vor allen Dingen auch, wie findet ihr das denn jetzt dann mit der Steuerung? Würde mich mal interessieren. Also, irgendwie, äh, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Das ist mir alles zu verzögert irgendwie. Man ist es einfach nicht gewohnt, ne. Genau, das ist halt sicherlich so nicht schlecht, wenn man jetzt nur dieses Spiel spielt, aber wenn man verschiedene Simulatoren spielt, ähm, da muss man erst mal reinkommen, sodass sie einfährt. Und da steht auch schon jemand. Okay. Was gehen wir hier überhaupt hin? So, stelle den Container markierten Bereich ab. Okay, das wird dann hier rechts so ein Kieswerk. Ein centraler Anlaufpunkt. Hier hälst du sowohl Schüttkohl als auch Frischbeton zum Föllen, das ist betonisches. Drinnen kannst du Erdaushub oder Bauschutt dort abgeben. Das Gelände des Kieswerkts ist recht weitläufig. Verschiedene Bereiche zum Beladen sind weiß, die Ablagenplätze gelb markiert. Oder Mitarbeiterfragen. Okay. So, das ist auch ein Schild für Container. So. 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 Sehr gut. Fahrraderausleger wieder ein und dann komm zurück zum Firmengeländer. Wenn du keine Lust hast, selbst zu fahren, verwende die Transportfunktion. Okay. So nochmal reinfahren. Das Schöne an der Steuerung ist, man kann wirklich dann hier auch beides machen, ne? Also. Wie gesagt, wenn man das erstmal drauf hat, macht das sicher nicht viel Spaß. So. Wir lassen unser Fahrzeug mal nach Hause liefern. Muss ich hier drauf tun, was? Ja, finde ich nicht schlecht, ne? Dass man gerade hier im Tutorial sollten wir erstmal, damit wir auch dann schnell ins freie Spiel kommen später. Hallo Harpe, da bin ich wieder. Ganz schön anstrengend, so einen Tag auf dem Bau. Das stimmt. Oh Mann, dabei hast du ja erst Maschinen kennengelernt. Aber ich denke, die Grundlagen hast du jetzt drauf. Das heißt, ab jetzt kannst du auch selbstständig Aufträge durchführen und anfangen, Geld zu verdienen, damit du das dann eben ausbauen kannst. Na, dann geht es ja jetzt richtig los. Ich freue mich drauf. Denk dran, wenn du einen aktiven Auftrag hast, dann werden die Aufgaben... Mhm. Okay. Dann mache ich mir mal eine Arbeit und schaue gleich mal in dem Menü nach den Aufgaben. Gut. Mhm. Unerfahren auszubilden, na super. Naja, 2000. So. Okay. Ist denn das ja nicht für eine Halle? Was machen? Ne. Gut. Ähm. Aufträge. Unsere Firma ist ja das hier. Also Personal. Für den 5000. Okay. Warenlager haben wir nix. Das sind die Fahrzeuge. Finanzen. Gut. Aufträge. Das ist mal ein Gartenbaum. Ein Familienhaus. Familie Rathemacher. Achso, Ausbau. Containertransport. Das ist langweilig. Ähm. Hier kriegen wir richtig Gartenbau. Hm. Das ist richtig, was man braucht. Ein Bagger. Eine Britsche müssen wir abholen. Ich brauche den Bagger. Müssen Sand liefern. Achso. Cool. Wenn man jetzt anklickt, dann hat man hier nochmal den Auftrag. Puh, das ist aber schon eine Haufen Fahrerei, ne? Okay. Was mich nochmal interessieren würde, diese Online-Geschichte. Da könnte ich jetzt Spiele einladen, oder was? Soll ich mal ganz kurz mal aufmachen? Mal so zum... Ähm. Weiß nicht. Kann ich hier nicht selbst mitspielen und mal gucken. Ich gucke einfach mal, ob einer da ist. Dann kann ich ja sagen, dass es nur ein Test ist, ne? Lade. Hm. Okay. Anscheinend muss er dann das... Ich spiele ganz komplett neu. Irgendwie laden. Und dann ist es denn das gleiche Spiel, was ich habe, dass ich hier dann weiterspielen kann, oder? Ich glaube schon, oder? Dass man dann dadurch die XP geht und die Firma weiter ausbaut. Okay. Ja, nu? Dann wird sich wer bewerben, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall mal einen Auftrag an, jetzt. Was war denn mit, ähm... Den Containerdienst. Oh, ist ein bisschen langweilig, ich habe mir ja gesagt. Dann machen wir mal hier den Gartenbau. Gut, dann müssen wir erst den kleinen Bagger rüberbringen. Also brauchen wir jetzt mal einen Anhänger, ne? Und dann noch die Stütze hochfahren. Nein. Wieder ankuppeln. Die Taste war es, jetzt habe ich sie da. Ein Stück vor. So, dann müssen wir jetzt noch mal die Dinger rausfahren, die Dinger hier, wisst ihr schon? Da kommen sie, die Auferanten. So. Ich überlege gerade, wie ich hier... Oh, da kommt ein Spieler rein. Ich hoffe, der kann ja meinen Auftrag sehen. Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß noch nicht, wie man chattet. So, ich weiß wie gesagt nicht, ob er das sehen kann, was wir für einen Auftrag haben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und ich hoffe, er ist nicht traurig, wenn ich ihn dann wieder rausschmeißen muss. Das ist ja erstmal nur ein Test. Aber ich muss auch gleich erstmal suchen. Okay, er fährt schon irgendwo hin. Ich hoffe mal, er versteht das Ganze. So, ich stecke mal aus. Ja, das ist doch cool. So, wir müssen natürlich jetzt erstmal das Ding hier wieder reinfahren. Und wie es weitergeht, YouTube. Ob wir mit dem Kollegen hier klarkommen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und macht's gut. Also, ich hoffe, ihr habt ja gut. Vielen Dank.